Freunde, ich habe da was für euch. In der Hand halte ich das LG G6 und das werden wir in diesem Video zum ersten Mal einrichten. Die SIM-Karte ist schon drin, die MicroSD-Karte ist auch schon drin, das haben wir in einem anderen Video getan. Jetzt wollen wir es aber wirklich hochfahren und gucken, was die ersten Schritte sind. Auf der Rückseite befindet sich der eine aus Power-Button, den drücken wir für 1, 2, 2 Sekunden, dann kommt der Boot-Screen, es fährt hoch und jetzt gleich gehen wir mal die ersten Schritte durch. Also was muss man alles angeben, was kann man angeben, was muss man auswählen, wie können wir starten. Eingerichtet habe ich das Ding-Ding tatsächlich noch nie, ich hatte es schon oft in der Hand, aber die Ersteinrichtung habe ich noch nicht durchgeführt, deswegen sind wir jetzt einfach mal alle zusammengespannt. Okay, unten sehen wir schon ein paar On-Screen-Tasten und da sind wir beim Willkommen-Screen. Was wir hier auswählen können, ist an sich immer gleich. Natürlich zunächst mal die Sprache, Deutsch ist in unserem Fall schon richtig, nehmen wir. Unten können wir einen Notruf absetzen und über die Bedienungshilfen können wir dann noch zum Beispiel größere Tastaturen einblenden, den Schalterzugriff auswählen. Was haben wir bei Motorik? Genau, eine Touch-Assistent, die Bildschirmaßschaltung, all das können wir hier einstellen. Das wollen wir aber nicht machen, denn wir wollen natürlich loslegen. Die SIM-Karte, okay, wie gesagt, die haben wir in einem anderen Video eingelegt, die ist jetzt hier nicht mehr da, deswegen überspringen wir mal. Bedeutet aber natürlich auch, wenn wir das Ding jetzt hochfahren und keine SIM-Karte drin haben, können wir nicht telefonieren. Okay, Wi-Fi, möchten wir uns damit verbinden, ja oder nein? Wir klicken einfach mal auf ja, um zu sehen, okay, was passiert? Natürlich werden die Wi-Fi-Netzwerke angezeigt, das sind sie, wir können aber neue, die nicht angezeigt werden, auch direkt hinzufügen. Wir klicken mal auf Weiter, ohne uns mit dem Internet zu verbinden, das Ganze können wir natürlich im Nachhinein später auch noch machen. Okay, wir sind bei den Google-Diensten angekommen, möchten wir den Standortdienst nutzen, auch das ist alles etwas, was ich nachher noch ändern kann. In diesem Fall sage ich mal, ja, das ist okay, die Standortgenauigkeit, die möchte ich aber nicht. Über WLAN und Bluetooth, dessen Zugang wir dann den verschiedenen Apps und Diensten erlauben, könnte das Ganze dann noch genauer werden. Unterstütze uns beim Verbessern der Android-Erfahrung, das bedeutet, dass anonyme Daten, Nutzungsdaten, Diagnosedaten automatisch an Google gesendet werden und falls es dann mal Probleme gibt mit, ich weiß nicht, Abstürzen der Akkulaufzeit, dann kann man daraus ungefähr Schlüsse ziehen, was denn los ist und das wird dann verbessert. Ganz wichtig, das Ganze soll anonym geschehen. Okay, wenn du fortfährst, stimmst du zu, dass dieses Gerät auch automatisch Updates und Apps von Google, deinem Mobilfunkanbieter und dem Hersteller deines Geräts herunterladen und installieren darf, möglicherweise auch über eine mobile Datenverbindung. Das Ganze kann man natürlich auch wieder ausstellen später, dann wird WLAN genutzt, um Apps abzudaten. Okay, wir klicken auf Weiter, Datum und Uhrzeit. Hätten wir uns jetzt mit dem Internet verbunden, würde das natürlich automatisch eingestellt werden, das wird auch nachher passieren, wenn ihr euch verbindet, deswegen stellen wir das jetzt mal nicht ein. Einen Namen, ja, machen wir mal, Carlo Hanso, keine Ahnung, Carlo Hanso. Gut, Fingerabdruck hinzufügen, ich würde sagen, ja, das machen wir mal. Den Fingerabdruck können wir dann natürlich später nicht nur nutzen, um das Gerät zu entsperren, sondern auch die Galerie zum Beispiel sperren oder Quick Memo, also unsere Notiz-App. Okay, richten wir ein, alternative Entsperrmethode brauchen wir, falls der Fingerabdruck dann doch mal nicht erkannt wird, wollen wir natürlich trotzdem rein. Wir nehmen mal den Knock-Code, denn das ist ja so, ich sag mal, LGs Ding. Sicheres Starten. Wollen wir den Knock-Code immer angeben, wenn wir das Telefon neu starten? Wichtig, alle Telefondaten werden für immer verloren werden, wenn wir ihn vergessen. So wichtig finde ich das tatsächlich auch nicht, das bedeutet, beim Hochfahren müssen wir den Knock-Code nicht eingeben. Okay, der Knock-Code erlaubt es Ihnen, ein Muster zu tippen, das wissen wir, der Knock-Code muss mindestens sechs Berührungen aufweisen und zumindest drei verschiedene Felder. Es reicht also nicht, sechsmal dasselbe Feld zu nehmen. So, das waren sechs. Das waren acht. Das waren sechs. Bestätigen. So, die Bildschirmsperre würde geändert. Scannen Sie Ihren Fingerabdruck. Okay, natürlich brauchen wir, ihr seht es schon, den Finger auf der Rückseite, also legen wir den Finger auch drauf. Es vibriert für jedes Mal, wenn der Fingerabdruck erkannt wurde. Anheben und platzieren Sie die Seiten des Fingers. Bedeutet natürlich, sollen wir den Fingerabdruck immer ein bisschen anders drauflegen. Weiter. Okay, weiter geht es mit den Rechtstexten. EULA, Endbenutzer, Lizenzvereinbarung, zustimmen. Software-Update, Zustimmen. Ihr seht, das ist optional. Die EULA, die müssen wir aber auf jeden Fall annehmen. Aktivitätsprotokolle, nö, da stimme ich nicht zu, die möchte ich jetzt nicht. Und damit wären wir dann schon drin. LG Mobile Switch, das ist die Meldung, die direkt kommt, falls wir Geräten von einem alten Telefon übertragen möchten. Wenn ihr mal sehen wollt, wie das funktioniert, was man da machen möchte, dann sagt mir gerne Bescheid. Ansonsten wären wir hier tatsächlich auch schon mit der Einrichtung durch. Jetzt können wir natürlich nochmal oben ins WLAN gehen und uns mit dem Internet verbinden. Und wir können sowas wie NFC ein- und ausschalten, die Synchronisierung, all das. Okay, das wäre es tatsächlich, das wäre es mit der Ersteinrichtung des LG G6. Ja, was soll ich sagen? Alle anderen Videos verlinke ich euch unten in der Beschreibung. Ein paar seht ihr aber auch hier am Ende gleich. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, dann gerne ab damit in die Kommentare. Falls euch jetzt irgendwas gefehlt hat, falls ihr mehr sehen wollt, dann lasst mich das alles wissen. Und dann war es das von mir und diesem Video. Vielen Dank für eure Zeit. Macht's gut. Ciao. Ciao.